Dobrodošli! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit dabei TKOfficial und zusammen gucken wir uns MC Stojan an. Ein serbischer Sänger, den hast du noch nie angeschaut. Gar nicht. Und ja, heute ist der Tag. Und das Lied heißt Ole Ole. Auf Instagram hat er schon ein paar Bilder und Videos gepostet gehabt und war richtig witzig anzuschauen. Seine Dance Moves sind immer so witzig und ja, dann gucken wir uns mal Ole an. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wenn du sagst, er ist witzig. Lamia. Er hat eine Wodka Marke rausgebracht. Echt? Lamiami. Okay, geil. Okay, das ist echt geil. Ah, das ist der von... Grinch. Grinch, genau Grinch. Hey, hey, da hat Mickey Mouse. Hey, das ist echt geil. Das ist doch vielleicht bekannt irgendwie. Ja. Die Flasche sah geil aus. Wir sind aber echt zum Schifahren mit dabei. Ja. Geiles Auto, Privatjet. Hey. Hey. Er nennt mich an einem Typ. Er ist ein bisschen älter. Der ist Milliardär oder Millionär. Er macht auch immer wieder solche Videos zu seinem Privatjet, wie er tanzt. Ja? Er nennt mich voll von an ihm. Das ist so witzig aus wie ein Teppich ausklopfen. Ein Flughafen. Ja, okay. Das war auch eine gute Idee. Den Alten. Den Alten. Die Hüften schwingen lassen. Ein paar Backen. Ey. Die Hüften schwingen immer verschiedene Farben. Ja. Die Stimme ist auch sehr schön. Hm. Oh. Tch. 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 Ohle ohle ohle. Krass. Das ist aber echt geil. Da hast du direkt Happy Laune. Ja. Vom Video. Vom Song. Ja. Und waren coole Ideen da. Lustige Ideen. Diese Dance-Moves. Das ist einfach nicht so toppen. Und wie fandest du den? Ich fand es echt geil. Auch nach langem fand ich das Lied echt mal sehr schön von ihm. Und jo, war echt gut. Hat mich sehr gefreut. Ja echt, jetzt hab ich direkt wieder gute Laune. War echt viel zu sehen, coole Sachen, lustige Sachen. Vor allem die alten Menschen, die er eingebracht hat. Und dann so hübsche Frauen. Am Flughafen auch richtig krass. Das ist echt viel mit Vielfalt. Ja, für zwei Minuten. Das war echt viel passiert irgendwie. Ja, war echt gut. Jo. Falls ihr nicht unsere anderen Balkan-Reactions abgecheckt habt, schaut sie euch auch an. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren schreiben. Falls euch die Reaction gefallen hat, lasst ein Like da. immer abonniert für weitere Videos. Genau. Und kommentieren fleißig. Genau. Dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal.